Kaum jemand auf der Automesse in Peking lässt sich diesen Anblick entgehen. Die New Midsize Coupé-Studie von VW ist das wohl am meisten fotografierte Auto auf der Messe. Der Grund? Das seriennahe New Midsize Coupé, kurz NMC genannt, bietet den Ausblick auf ein viertüriges Coupé in der Kompaktklasse. Hier steht sozusagen der kleine Bruder des erfolgreichen Volkswagen CC. Das Besondere an diesem Fahrzeug ist, dass es zwei Welten kombiniert. Einmal die Welt der Coupés und natürlich die Welt der Limousinen. Und das beides so kombiniert in einer einzigartigen Ausprägung, dass wir halt versuchen, so eine neue Klasse zu begründen im Kompaktsegment. Das dynamische Design ist eine Mischung aus Limousine und Sportwagen. Die Lackierung in Dragon Red unterstreicht, für was das New Midsize Coupé besonders steht. Für Dynamik pur. Kürzer als ein Passat oder Jetta, dafür aber etwas breiter. Dazu der einzigartige Kühlergrill, 20 Zoll Chromfelgen, LED-Scheinwerfer in 3D-Optik und großer Lufteinlass. Das sind Attribute, die gut ankommen in China, dem weltweit größten Markt für Stufenhecklimousinen. Es sieht sehr scharf und stark aus. Ich mag es. Sie versuchen, eine neue Linie zu entwerfen und ich denke, es funktioniert sehr gut. Die Form ist sehr sportlich. Besonders mag ich die Farben und die Materialien im Inneren. Unter der Haube gibt ein 220 PS TSI-Motor den Takt an. Der 2 Liter Turbobenziner mit Direkteinspritzung beschleunigt das Coupé in 6,5 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde. 244 kmh erreicht das NMC in der Spitze. Hier geht es viel um Sportivität, um Maskulinität, um Eleganz, um Design. Den Kunden eben auf eine andere Art und Weise anzusprechen. Und das ist etwas, das im chinesischen Markt stark nachgefragt wird. Und dabei verbraucht das NMC im Schnitt gerade mal 6,4 Liter auf 100 Kilometern. Ein Wert, der gar nicht Sportwagen-typisch ist, sondern sehr umweltfreundlich. Innen ist die Studie dann ein echtes Mid-Size-Modell. Wie bei Limousinen gibt es viel Platz, 5 Personen können mitfahren. Dekorleisten mit Klavieroptik und Alcantara-bezogene Bauteile. Ein Gefühl von Luxus, was besonders wichtig ist für Kunden in China. Und doch ist das NMC viel mehr. Ein spannender Ausblick auf die Zukunft von VW weltweit, auf das Design von morgen. Dekorleisten mit Klavieroptik und Alcantara-bezogene Bauteile.